Ein Nord, ein Urk. Ich guck mal noch weiter. Waldelf, ja, sieht ziemlich scheiße aus hier erstmal. Okay, komm ich denn hier irgendwie zu Körper? Okay. Geschlecht. Ja, auf alle Fälle männlich. Vorgaben. Was haben wir denn so schönes hier? Okay. Ich nehme anscheinend jetzt einfach mal Daniel. Und, ja. Wie nennen wir ihn denn? Okay. Wir nennen ihn Games Central TV. Dummy. Versteh ich nicht, ich brauch ganz. Ruhm noch mal. Ihr habt euch eine schlechte Zeit ausgesucht, um nach Himmelsrand heimzukehren, Stammesgenosse. Hauptmann, was sollen wir tun? Er steht nicht auf der Liste. Vergesst die Liste. Er geht zum Block. Wie ihr befehlt, Hauptmann. Scheiße. Es tut mir leid. Wenigstens starb dir hier, in eurem Heimatland. Folgt dem Hauptmann Gefangener. Zieh mal los. Jetzt wird's unangenehm. Ulfric Sturmmantel. Manche hier in Helden nennen euch einen Held. Aber ein Held setzt nicht eine Macht wie die Stimme ein, um seinen König zu ermorden und sich auf dessen Thron zu setzen. Ihr habt diesen Krieg angefangen. Himmelsrand ins Chaos gestürzt. Und nun wird das Kaiserreich euch richten und den Frieden wiederherstellen. Was war das? Es ist nichts. Weitermachen. Ja, General Tullius. Gebt ihnen ihre Sterbesakramente. Möge der Segen der acht Göttlichen auf euch ruhen, während wir eure Seelen Eterius übergeben. Um Talos Willen schweigt und bringen wir die Sache hinter uns. Wie ihr wünscht. Kommt, ich habe nicht den ganzen Morgen Zeit. Okay, knapp 18, die nicht 18 sind, jetzt wegschauen. Lächeln auf mich herab, Kaiserliche. Könnt ihr das auch sagen? Oh. Oh nein. Oh, jetzt sind wir dran. Jetzt werden wir für unsere Untaten bestraft. Oh. Nein. Wir gucken dem Tod ins Auge. What the... Was habt ihr gesehen? Ein Drachen? Was geht denn hier ab? Ach du Scheiße. Oh oh. Oh mein Gott. Nein. Da rollt ein Kopf. Wie kann das passieren? Lauf. Weg. Kann ich auch was machen? Lauf weg. Oh, ich kann mich bewegen. 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 Untertitelung des ZDF, 2020